Oh, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Macamagall und willkommen zu meinem Gameplayer auf diesem Kanal und der Exos ist auch wieder da. Ihr seht, Dead by Daylight. Ja, wir sehen uns in der Runde. Unbedingt. So, Werkstatt. Ich bin auch beim Ausgang. Ja, bist du bei mir? Ja, ich hab doch so ein Tuch geopfert, dann bist du bei mir. Ja, ich bin schon bei. Meine Handwerklichen. Okay, du bist kein Handwerker. Der kommt bestimmt gleich zu uns. Was ist denn mit dir nicht richtig? Scheiße, lauf! Das ist der Kettensingmann. Ah, er hat mich! Lauf rein! Ich lauf weg! Lauf weg, lauf weg! Wegen dir sterben will. Ah, Mann, Alter! Der ist gut. Ist das Putty? Putty spiel doch immer hier. Den Killer. Okay. Ah, er hat mich brennt. Okay. Ähm. Ja, ich glaub weg. Geh doch meine Kappe. Geh ja schon gut los. Boah, ne scheiß Runde, Alter. Kacke. Vielleicht kann man sie noch retten, wenn die anderen zwei bisschen Fütchen im Kopf sind. Die eine Olle kommt zu dir, glaub ich. Ja, die kommt zu dir. Ja. Ich krieg zu dir hin. Und der andere ist am Arsch der Welt. Ja, ja. Sie hilft dir. Sie hilft dir. Sehr geil. Ja, ja. Fass mich an. Heile mich. Es ist kein... Lexa. Es ist kein Kämpfer. Ich hab keinen Herzschlag. Naja, aber er ist einer, der immer von... Ey! Heile mich weiter. Der von Generator zu Generator läuft. Aber das finde ich, das wollte ich ja letztens auch ausprobieren mit denen. Wie man eine Aufnahme gesehen hat. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Weil, äh, weil... Da waren viel zu viele Bäume. Ich muss gleich Camping, Jungs. Ja, wo bist du? Wo hängst du? Ach da. Ich komm schon. Ja. Geil, Jungs. So, wo hängt die andere? Ach da. Oh, oh. Hä? Oh, Lexa. Das wurde schon getroffen. Oh, der ist bei dir. Alter, der kann das gut mit der Modussegel. Das ist ein krasser Killer, Junge. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, Mann! Ich dachte, er sieht mich nicht. Oh! Ist das der Himmel, ey, ey. Ich komme schon. Ah, du bist gleich tot, ne? Ja, ich hab grad einen übelsten Fehler gemacht. Ich hätte in der Hocker bleiben sollen. Oh, das waren viele von mir jetzt. Echte Scheißrunde gehabt. Ich muss kämpfen. Ne, du bist gleich tot. Ja, das war echt eine Scheißrunde von mir. Ah! Alter, was ist das? Wir losen, wir losen voll ab, ey. Es ist nur noch eine, ey. Ja, die habe ich ja von Haken geholt. Oh, er hat natürlich hier einen Haken. Ah, Scheiß, Mann. Ey, das ist echt eine Scheißrunde. Das geht auf meine Kappe rein. Ist auch meine Scheißrunde. Das ist echt ein krasser Typ, ey. So, die anderen sollten nicht was machen, ey. Wir haben noch nicht mal einen Generator geschass. Die Olle kommt grad zu mir, glaub ich. Ja, und er kommt auch zu dir. Nein, die soll noch zum anderen gehen. Er ist weg, okay. Jetzt beeil dich, du. Du. Hool. Ich dachte, du wärst sofort tot. Ah, du hast vorhin noch nicht gekämpft, ne? Nur fast. Nee, nee, nee. Er kommt jetzt. Er kommt zu mir. Geht nicht zu mir hin. Er kommt zu euch. Er steht hier vorne, links von mir. Er ist bei euch in der Nähe. Kommt da einer zu dir, Freunde? Ich muss mir jetzt mal Heiro hier. Ja, es sind ja nur zwei. Ja, gut. Die, die zu mir kommen wollte, die ist jetzt... Die liegt. Oh! Ich muss kämpfen. Ich bin gleich so weit rein. Ich komm zu dir. Ich bin gleich fertig. Hängt die andere jetzt auf? Ich komm. Ja, bloß das doofe ist, mich sieht man so doll, ey. Weil ich da auf diesem Hügel bin. Er ist bei mir, er ist bei mir. Ich geh hier um mich rum. Wo sei denn? Oh, er hat mich! Oh nein! Wie hat er mich denn so schützt? Alter, meine Fresse. Ja gut, ich würde mal sagen, ne. Wir starten gleich nochmal eine neue Runde. Hut ab vor den Killer. Das ist kein Camper, der beherrscht diesen Killer richtig gut. Was war das denn jetzt? Hä, wieso? Okay, ich bin toll. Weißt du, was das deutsche ist, Mann? Na? Ähm, ich hab seinen Herzschlag nicht gehört. Und plötzlich kommt er von hinten und hat mir die seine Kettensäge in Wirken gehauen. Äh, er läuft ja mit der Kettensäge wie so ein Irrer. Das ist ja... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Hut ab. Ist ein guter Killer. Und ja. Wir hängen einfach jetzt mal eine Folge hinterher, weil das war ein bisschen kurz. Bluthütte. Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin hier direkt an so einen Haken. Ähm, ich sehe einen Ausgang. Ich bin an dieser komischen... Ich hab schon einen Generator. Hier ist noch diese Hütte. Ich sehe auch den gelben Bagger von hier. Ich bin beim Keller. Ey, ich seh dich. Komm her. Komm raus. Wo? Ich glaub ich... Bist du in diese Hütte? Ja, kommen wir jetzt gerade zu. Gerade zu. Na ja... Gehen wir zum Ausgang? Ja, gehen wir zum Ausgang und dann hörst du eigentlich schon einen Generator in der Nähe. Ja. Oh, Michael ist hier. Michael ist hier. Ich bin nämlich gerade am Generator dabei. Könnte Unterstützung gebrauchen. Hä? Ey, bei mir ist ein Totenkopf. Wie bei dir. Wie bei mir auch gerade. Was heißt das nochmal? Entweder kann er uns sehen. Ne, das wär ja besch... Oh scheiße. Komm, den machen wir noch fertig. Der braucht nicht mehr viel. Den hat er bestimmt... Ähm... Ein Item... Ah, er hat schon einen. Okay. Okay. Machen wir den beruflich. Er hat ein Schiffel Item rein, äh... Dass er manchmal... Die Leute sehen kann, wenn sie an... Hier. Da vorne ist ein Generator da. Da ist ein Generator da. Da sind ein Generatoren dran sind. Ja. Ja. Wollen wir ihn retten? Ähm... Ja, wollen wir es... Ja, probieren wir es aus. Oh, warte mal. Ich geh, ich geh rechts von uns. Ich guck hier von hier oben. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh ihn, ey. Verfolg den anderen. Jetzt verfolgt er ihn nicht mehr. Er ist rechts von uns. Er kommt jetzt, er kommt. Er geht hin. Scheiße, er er folgt mich. Er folgt mich. Er folgt mich. Oh, er ist ein Camper, ey. Er rennt dir gar nicht richtig hinterher. Aber die andere wird gerettet. Alles klar. Alles klar. Ich mach einen Generator. Er ist ein Fan, ey. Alles klar, er ist weg. Er ist ein Camper, ey. Alles klar, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht erwischen lassen. Ja. Er kommt. Ich auch. Aua. Lauf rein, lauf rein. Lauf. Was will er von mir? Hä? Ich bin jetzt gerade im Keller. Ich guck nur in die Kiste, was die Kiste sagt. Hä? Keine Kiste? Warte. Was willst du jetzt, hä? Wie so ein Behinderte, ey. Ah, herrlich. Die baut er ab, geil. Hoffentlich kriegt er sie. Ja! Er verfolgt sie. Ja? Ja. Ich komm, ich komm wieder hoch. Wo bist du? Im Keller. Ja, ich brauch Hilfe. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Warte, ich bin hier bei einem großen Haus. Bei einem großen Haus. Ist hier nicht auch Ingen? Bei einem Bagger bin ich jetzt. Ah, ey, ne, ich werde geholfen. Alles gut, alles gut. Ich habe einen gefunden. Der verarzt mich gerade. Geil. Geil. Anzeichen geben. Komm her, komm her. Und dann habe ich gesagt. Alles klar. Alles klar. Wie ist das geil? Der ist schön an mir vorbeigelaufen. Ich bin gerade am Generator. Beim großen Haus. Ich schreite ganz schön. Er ist von allen am coolsten. Aber er in der anderen rennt schon hin und will versuchen zu helfen. Ich baue hier am Generator. Oh, da hängt jemand. Ja, ja, das ist die Lady. Der ist nicht so weit. Ah, er kommt zu mir. Ich habe jetzt. Oh, aber wie schnell ist er denn? Warum ist er so schnell? Mir kam er damals, wo ich ihn gespielt habe, langsam hervor. Boah, das ist gerade knapp, Alter. Ich habe jetzt die Hälfte. Ah, ficken, Alter. Ich habe die Hälfte rein. Ich hole mich gerade nicht. Aber er hat eben gerade nicht gekämpft. Er ist direkt zu mir gekommen. Also sozusagen. Okay, du hängst jetzt. Ja. Sag mir, wo er lang geht. Ich bin links von dir rein. Am Generator. Er ist rechts am Bagger vorbei. Er geht zum Tor. Jetzt kommt er wieder zurück. Guckt, ob alles rechts ist. Er geht um den Bagger rum. Okay. Jetzt steht er da. Er steht einfach nur. Und guckt. Und guckt. Ich sehe ihn, Alter. Er weiß aber, dass alle drei auf der Seite sind. Oh, er macht das Angriff. Er kommt zu mir. Er schleift. Wenn er dich erwischt, dann liegst du sofort. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er ist schon wieder. Oh. Oh Mann. Der war doch eben gerade noch übel zweit weg. Der ist übel schnell gewesen. Wie macht er das denn? Ey, der war gerade übel zweit weg. Hä? Er hat gerade den Tüten. Einfach umgehauen. Der war glaube ich schon angeschlagen. Ja, aber ich war noch auf seine Schulter. Ja, er kann nach trotzdem zuhauen. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe gleich einen Generator fertig. Ich komme gleich. Ja, der Typ ist runter gesprungen. Er kommt jetzt zu mir. Achso. Ja, ich brauche eigentlich Hilfe. Wenn er mich an... Wenn er mich erwischt, dann liege ich. Wo bist du denn? Mein Generator. Ich laufe, ich laufe. Wo ist er denn? Ich kann mir so nicht. Da, wo der Generator war. Ich gehe mal zum Haus. Zum großen. Oh, er hat mich... Oh Mann. Wie kann man denn so schnell sein, Alter? Der ist übel schnell. Der shootet doch hier. Der muss ein Icon haben, dass er so schnell laufen kann. Der war doch... Er bringt mich in den Keller. Es ist ja klar. Michael. Du bist voller Kackbruder, ey. Hey. Scheiße. Ich bleibe zum nächsten Mal fest. Lass mich nicht ein, ey. Oh, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen, ey. Scheiße. Ich höre seinen Herzschlag. Jetzt ist er weg. Oh Mann, die ist voller Huhnsohn, ey. Wenn er ein Huhnsohn ist, dann bist du eine Huhntochter, ja. Ihr müsst ja nicht die gleiche Mütter haben. Okay. Ich komme. Michael ist draußen auf jeden Fall. Alter, wie sticht der Daumen ein, ey. Ich höre seinen Herzschlag. Ja, er ist da. Jetzt ist er wieder weg. Er ist eiskalt an mir vorbeigerannt. Wie sticht der Daumen ein, ey. Ich komme, Junge. Ich hab nicht mehr viel. Ich bin gleich da. Schnell. Lauf jetzt. Lauf. Lauf so schnell wie du kannst. Einfach raus. Ich lauf dir hinterher. Komm, komm hier. Oh, der verfolgt einen. Komm her. Ich fass dich an. Ich fass dich an, damit du, damit du, wie er gesagt ist. Sieht aber nur bei dir aus, bei mir sah es nicht so. So, ein Generator noch. Haben wir hier einen? Der ist an. Okay. Irgendwo muss doch hier noch ein Generator sein. Der noch nicht läuft. Ich schleich nicht. Das kriegt man immer nicht mit. Ja. Oh, hier. Hier. Ich hab einen gefunden. Hier ist einer. Gut, gut, gut. Du hast einen gefunden. So. Okay. Alles klar. Wir laufen zu denen hin. Mach du. Ich pass auf. Oh, ich hab einen Toten gefunden. Baue es ab, Junge. Aber der Typ, ne? Das kann auch so horrormäßig hier sein. Der grinst die ganze Zeit hier. He. Hat immer den Mund offen, Alter. Ne, ne, was denn? Na, mein Typ. Wenn du das Tor öffnest, dann siehst du die Fratzen da auch richtig dicht. Okay. Wo ist der Typ? Ja, du bist der Geilze, ey. Ne, du bist der Geilze. Ne, du bist der Geilze. Du bist der Geilze. Deine Brille ist richtig geil, ey. Du bist geil. Komm mit. Oh, da kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich seh ihn. Da ist er. Ja, haha. AAH! 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 drinnen dass er mit einem weiß ich nicht ich hab's noch nie hingekriegt mit mir der toten kopf heißt irgendwie dass wir ihn gleich umhauen kannst du hast gewonnen du bist der einzige der es geschafft beruhig dich michael nur weil der schiste entkommen ist kann ich auch nix viel du hast die falschen erwischt naja war doch schön auf jeden fall aber du hast auch dieses item mit dem augen das ist ein anderes das ist déjà vu heißt das ja gut ich hoffe euch hat die beiden runden gefallen es passiert ist noch nicht so schlimm du 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 du